Revi ist kein Sternekopf. Ey, du bist doch ein A. Bist du? Ein Doppelstück B þ.. Bist du? Du bist die... Ich will keinen rot! 10 Euro du in echt nicht slecht den ab. Bei der Flamfun kommt ja auch Käse mit drauf. Du bist geistig behindert bei uns. Warum nicht? Ich krieg nicht mehr grade geschnitten, ich glaub, ich hab zu viel gefunden. Heute Abend, Livestream. Kommt unbedingt vorbei. So was geht? Ey, ich glaub es klappt. Hallo? Wie hört man uns? Ja, ne? Ich glaub mal, hallo? Ja, doch. Das ist übrigens mein bester Freund Daniel und deshalb dachte ich, in guter Stay-at-home-Manier kann man ja trotzdem zusammen Cocktails machen und so weiter und so fort. Wir sehen Simon nicht, aber wir hören ihn. Wir hören nämlich Simon hier. Simon, hallo? Ja, ich höre dich, Rebi. Das ist Simon und wir werden jetzt gemeinsam verschiedenste Cocktails machen. Danach werden wir noch was kochen. Also eigentlich ist es ja andersrum. Normalerweise kocht man zuerst und dann trinkt man. Ja, wir machen es halt andersrum, deshalb steht da oben auch Drunk Kitchen. Schauen wir mal, wie das Ganze endet. Wir machen drei Cocktails jetzt gleich zusammen, die ihr vor allem auch mit Zutaten, die ihr zu Hause habt, gerne improvisieren könnt. Wir haben hier Klarin, Wermut, Zuckerwasser, 100ml eines nicht gebrandeten Gins, der wahrscheinlich selbst gemacht ist und blind macht. Der Rye, das ist glaube ich Whisky, oder? Cranberry-Saft, zwei Pipetten voll Bitterstoffen, Apfelsaft, Lagritz-Drops, Bananenlikör, Himbeerlikör, Schokoladenlikör. So Simon, ich bin bereit. Wie fangen wir an? Guck mal hier, das habe ich nicht von Simon gesehen, der macht nämlich immer so. Ist gut, ne? Sieht professionell aus, oder? Ja, die Hälfte geht natürlich daneben. Ja, ja klar, das muss ja alles hier aufs Terran. So, dann an der Stelle, Cheers. Sehr gut. Boah, das hört sich so geil an. Oh ja. Cheers. Cheers. Guck mal, rein damit. Boah. Das ist gut. Echt geil. Sehr interessant. Habe ich so noch gar nicht bei euch getrunken. Ist das denn vegan? Simon wurde gerade gefragt. Äh, ob das Ganze vegan ist, ähm, äh, tatsächlich... Äh, Simon? Das ist so geil. Ob das Ganze vegan ist? Das ist vegan. Einfach auflegen. Ja, Simon. Ist es vegan? Ich bin Vegetarier. Wer ist das? Wen hast du gerade angerufen? Ich weiß nicht. Mach's gut. Jeden schönen Abend noch, ne? Ja, schönen Abend. Ich glaube, ihr kocht jetzt noch was. Wir kochen jetzt noch. Dann schalte ich da später mit ein. Ja, an der Stelle, Leute. Wir kochen jetzt an der Stelle, würde ich sagen. Es ist ja ein Drunk Kitchen Stream. Wir freestylen das auch, weil er ist der Meinung, er wäre der beste Koch der Welt. Ehre. So, und wir kochen jetzt, Leute. Wir machen nämlich zusammen heute... Also, wir machen heute Schlammkuchen, Leute. Den Teig machen wir selber. Ich bin mal gespannt, ob wir das hinbekommen. Ich denke schon, ich habe natürlich einen Mixer hier. Aber es wäre ja zu einfach, wenn wir den benutzen, oder? Sollen wir den benutzen? Kneten wir selber. Ja. Mit Händen so. Ja. Richtig schön rein. Geile Scheiße. Lauch und Lauchzwiebeln ist ein Gemüse. Das ist nur das in klein. Weißt du, was ich meine? Wow. Also, warte, warte. Klein, mittel, groß. Die Lauchfamilie. Das ist lustig, weil ich bin ja nicht so muskellös. Ja, ja, nee. Ist voll witzig, Mann. Du Bastard, Alter. Ich bin gespannt, wie das gut... Äh, was? Wow. Ich bin gespannt, wie das läuft. Wir brauchen auf jeden Fall Olivenöl. Wir brauchen Meersalz. Wir brauchen Weizenmehl. Und wir brauchen eine Schüssel, wo wir die ganze... Okay. Du hast so eine Waage. Bevor wir anfangen... Cool, das ist gut. Hier, die Schublade ist leer. Diese Schublade... Uh. Nee. Nicht der vorne links. Nee, nee, da. Haben wir eine Waage? Wow. Maschallah, Baby. Da ist die Waage. Sag Maschallah, wenn du mir siehst, die Hübsche. Der Rundtour kommt auf jeden Fall noch bei Zeiten. 400 Gramm die Mehl. Komm schon. Ja, passt. Und 48. Das ist zu viel. 8 Gramm. 2 Gramm wieder rein. Wieder rein. Stopp. 1 Gramm jetzt. 1 Gramm. Halt an den Maul jetzt. Mach Maul. Ihr müsst wissen, Daniel ist in Kolumbien aufgewachsen. Er hat sehr viel mit Kokain gemacht. Genau. So ein Ding ist das. Ja, hallo. Kannst du wieder 1 Gramm rein tun? Fresse jetzt. So. 1 Öl. 2 Öl. Einmal noch Hände waschen, auch wenn wir es eben schon 10 Mal gemacht haben. Ja. Wir wollen auf jeden Fall gucken, dass das hier nicht... An der Stelle knete ich jetzt schon mal hier den Teig durch. Oh, das ist so ein Echel. Das ist richtig dumm, was du tust. Warum? Mach die Hände flach, lass sie so und... Weil jetzt hast du den Teig halt... Du hast den Teig halt jetzt überall. Was denn? Ist doch richtig, oder? Einmal mit Profis arbeiten. Was ist denn daran falsch? Ja gut, kommen wir nicht mit irgendwelcher Scheiße. Ey. Rewi ist kein Sternekoch, nein. Nee, natürlich, ich hab schon so lange gekocht für dich, Alter. Du, was? Du bist so ein Arschloch bist du. Ah, du hättest. Wir kennen uns jetzt wieder, kennen wir uns jetzt. Über 10 Jahre. Zu lange, Jungs. Du bist so richtig. Über 10 Jahre kennen wir uns jetzt schon. Ja, doch. 15 Jahre fast. Du bist so ein Arsch bist du. Ein dummes Stück Scheiße bist du. So, hier haben wir auf jeden Fall den Teig schon mal fertig soweit. Nimm mal jetzt mein Gewitter im Kopf. Ja, wirklich. Das reicht doch niemals für einen Teig. Ja, wenn ich das wirklich gemacht hättest und nicht die Hälfte von dem Zeug zwischen deinen Fingern kleben würde, würde das reichen. Komm, so knetet man nicht. So knetet man. Du bist die letzte Missgestalt, Junge. Hier, so knetet man, oder? Wie knetet man? Ey, komm, komm, hör, hör, hör. Nimm jetzt die Finger raus. Nimm die Finger raus, Corona. Sag mir, wie man Teig knetet. Nimm die Finger erstmal daraus. Wie knete ich? Wie knete ich? Ah, ist wie B***en mit Gefühl. Du hältst jetzt den Mund, lass den Teig, du lächst den Teig in Ruhe. Du sau! Du lächst den Teig in Ruhe. Der Teig ist an der Stelle durchgeknetet. Wir machen weiter mit den ganzen Zutaten, die auf den Flammkuchen drauf kommen. Und zwar, das hier ist dein veganer Becken. Alter, bitteschön. Das sind Lauchzwiebeln und ein Lauch. Lauchzwiebeln, Lauch und noch... Alter, warte mal, warte mal. Das ist wie Mathe. Okay, jetzt muss das Leo cool schneiden. Verstehst du, wenn man das kombiniert kommt... Nö. Wir sind hier nicht in Minecraft. Lauch und Zwie... Dann... Wir sind hier nicht in Minecraft. Bitte schälen. Danke. Lauchzwiebeln sind sauber, chat. Neues kraftigere Zett. Inshallah, Akani. Akani, Inshallah, Inshallah, Baby. Das ist mein Würfel, du Penner. Bist du dumm? Auf einem Flammkuchen sind eigentlich Zwiebelringe drauf. Okay, 10 Euro Dunelchen, ich stech den ab. 10 Euro Dunelchen, ich stech den ab. Es ist mir egal. Ich hab noch... Guck mal, hier, warte mal. Ich hab natürlich noch mitgedacht, mein Bruder. Haben zwei Maschinen, die sind noch Käse draufgeholt. Einmal... Gut, Mozzarella passt ja nicht so gut, aber Gouda halt, ne? Weil auf Flammkuchen kommt ja noch Käse mit drauf. Bist du geistig behindert? Warum nicht? Flammkuchen, da kommt kein Käse drauf. Natürlich. Hä? Alter. Können wir kurz drüber reden? Können wir... Wir haben ja Schmand. Aber Flammkuchen? Auf Flammkuchen? Nein! Schmand kommt... Voila, Baby, ich hab ein Messer. Eins für Mozzarella, zwei für Gouda. Jetzt hab ich vergessen, welche Zahl was ist. Siehst du, drei, drei, drei. Siehst du, wie die ganzen dreien... Siehst du, die ganzen dreien... Schreib bitte in den Chat Mozzarella oder Gouda. Da ist die Strawpole. Tobi macht sie auf. Da, siehst du, da wurde gerade gesagt, ja, aber wir essen Flammkuchen und keine Pizza. Nice. Du bist ja richtiger Musiker. Pass auf, dass du mich nicht wieder abstichst. Ich find's einfach nur traurig, dass ich hier nicht meinen Flammkuchen so freestylen darf, wie ich will. Weil ich bin fucking Jamie Olivers Sohn. Ich bin Peter Oliver. Ich find nicht mehr mehr gerade geschnitten. Ich glaub, ich hab zu viel getrunken. Lass den Typ mal neu und gewinnt es abgehen. Okay. Wuh! Hast du vielleicht Bock, kurz mein Kanal... Juhu, Leute, es geht! Alter, ich schnauze. Pack Akani mit den Pilzen in den Mixer. Leute! Ich dachte, das wär ein zivilisierter Chat. So, Leute, der Teig ist, glaub ich, ready. Ja. Den können wir ausrollen. Vier teilen und dann schön flach ausrollen. Ich mein's, jeden Freitag mach ich jetzt einen Drunk-Kitchen-Stream. Jeden Freitag werd ich betrunken, bis ich irgendwann in drei Wochen tot bin. Grüße geht raus. Auf dem Flammkuchen kommt ein Köfte drauf. Maschallah, Baby! Hier in der Region schon. Wir haben auf jeden Fall an der Stelle jetzt hier unser Kletteisen. Unsere Walze ist das. Wie heißt das? Äh, Teig-Roller? Föhn, du Idiot. Ah, jetzt getze ich. Jeder kriegt ein so'n Flammkuchen. Pff, wirklich? Captain Obvious. Schiff. Mäßig so Pide. Kennst du Pide? Ja, aber das ist kein Pide. Pide mit Schafskäse? Ja, aber wir machen kein Käse drauf. Ich mach mir da Käse drauf. Das ist meiner hier. Ja, das sieht doch gut aus, oder? Guck mal hier. Das ist ein Flammkuchen. Hast du mit einer Gabel gemacht? Ja, du hast keinen Schneebesen, oder? Ist das halt hinter deiner Kamera irgendwo? Bisschen, bisschen, bisschen. Ja, willst du noch mehr nehmen, ja? Ich sag dir, das wird geil. Mit Käse ist alles besser. Es sieht so aus, ich weiß, Käse gehört nicht drauf, aber... Beruhst euch. 6,32, warten einfach mal 10 Minuten, dann ist der Hase ready. Ich sag's dir, so wie es ist. Das ist ein richtiger Scheiß-Getränk. Cool. Ne, das schmeckt eigentlich gut. Ja, da... Chin, chin, ne? Guck mal, ob der... Ah, heiß! Kann man wirklich nicht flamen? Sieht halt aus wie eine Pizza. Kann man nicht flamen Kuchen? Äh, flamen Cake. Verstehst du? Flammkuchen? Sieht baberisch aus. Sieht wirklich gut aus. Nice, nice Pizza. Ja, Martin-Base, du sagst es. Nice Pizza. Hä? Ja, ist halt eine Pizza. So, Leute, wir probieren das in Flammkuchen. Der ist heiß. Das ist prima rum. Bro, Real Talk. Ist voll gut, oder? Ist okay, aber halt besser ohne Käse. Ekelhaft. Warum kein Küftespieß? Ähm, heute ist Karfreitag und das ist kein Fleisch erlaubt, deswegen hätten wir gern gemacht, aber... Ist das schon Karfreitag? Darf man kein Fleisch essen? Ja, offiziell ja. Tja, und dafür was Vegetarisch kochen. Ja. So, dass ich immer vegetarisch koche. Das könnte jeden Tag für mich kein Freitag sein, weil ich tanze nicht und esse kein Fleisch. Du tanzt, nee, du kannst auch nicht tanzen. Ich dachte, ich kann kein Freitag Eilkuchen trinken? Eigentlich auch nicht, oder? Okay, wir probieren jetzt mal den ohne Käse. Ich bin ehrlich, Leute. Ja, guten Hunger. Der erste war besser. Nein. Hat deinen Mund. Der erste war besser. Nein. Tobi, Meinung? Doch, ich glaube schon. Der erste. Der erste war deutlich besser, Mann. Äh, wie heißt der rechte große Zeh? Äh, Gerhard. Habt ihr Tattoos? Nee. Habt kein Tätow. Tätowierte Leute sind richtig asozial. Und kriminell. Ähm. Was sagt mein Kleino? Ne Drittel Backpapier. Ich hoffe, du verbrennst dir so's Maul, ne? Es ist halt. Ich hoffe, du verbrennst dir so's Maul. Du bist so... Uuuuh! Uuuuh! Tobi, übernimm mal ganz was hier, bitte. Ha? Hallo. So, liebster Chat, ich, ähm, wir haben jetzt zweieinhalb Stunden uns hier die Eier wundgescheuert. Die Eier wundgescheuert. Es war mir eine Ehre, tatsächlich. Ja. Es war mir eine Ehre. Kuss doch eure Augen. Macht's gut. Tschüss. Du musst sag, Mashallah, die, äh, die... Die Hübsche? Mashallah, die Hübsche. Wenn du mich siehst, Mashallah, sag die Hübsche. Tschüss. UST Untertitelung des ZDF, 2020